Meine sehr geehrten Damen und Herren, vom 35-35-Jahresfest des Auflaufs der Kapanemur heiße ich Sie alle an den Hamburger Landungsbrücken herzlich willkommen. Heute sind Leute hierher gekommen, um den Geburtstag von Kapanemur zu feiern. Deutschland hat uns ein zweites Leben geschenkt in Freiheit, Demokratie und Menschen und Menschlichkeit. Es ist ein so schönes Fest, dass man sagen möchte, ich bin auch ein Vietnamesen. Deutschland ist unsere zweite Heimat mit dem Blick in die Zukunft. Sie werden Menschen, die in Not und Elend hierher gekommen sind, aber dem mitgeholfen haben, dieses Land aufzubauen und weiterzuentwickeln. Es waren die Menschen, die in Deutschland geholfen haben, die die Vietnamesen dann aufgenommen haben. Es ist ein Tag, wo wir noch einmal zusammen danken. Danke sagen. Einmal, um Danke zu sagen. Danke all denjenigen, die sich damals engagiert haben. Danke an allen Helfer, danke an dem deutschen Volk und der Politik für ihre humanitäre Hilfe und die Aufnahme in die Bundesrepublik Deutschland. Zuerst den Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Deutschland, die dieses Schiff wirklich gemacht haben. Die Menschen müssen den Mut haben, aufzustehen, auch gerade in relativ reichen Ländern wie Deutschland und sagen, wir wollen helfen. Und wir wollen nicht, dass Krieg und Elend in dieser Welt herrschen. Wir sind stolz, uns an Bürger Deutschland und an Teil, die wir gesetzt haben, füllen zu können. Und wir wollen nicht, dass Krieg und Elend in der Welt herrschen.